Och, was ist denn das hier? So geht das oder nicht? Wo ist denn denn hier in die Rand? Wo ist denn das hier? Wo ist denn das hier in der Stadt? Hier? Wo ist denn das hier in der Stadt? Wo ist denn das hier in der Stadt? drought torchbord König dich jetzt in der Stadt springen, Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Da müssen wir uns erst mal vom Acker machen. Wir sehen uns im nächsten Mal. Das ist die Militärbasis, da wollen wir hin. Jedenfalls fand ich das ärgerlich, dass das mit Resident Evil nicht geklappt hat, denn damit wäre ich einer der ersten gewesen, die das haben. Ich habe nicht mal einen Rucksack, lächerlich. Ich musste nicht gerade irgendwas hinkriechen. Rumpage. Ich hoffe, der Pisser hat er verfolgt, den ich da eingeschossen habe. Die Toten ist einmal nicht. Was ist mir nicht gesehen oder? Ach du Scheiße, das sind so viele Leute. Ich brauche ein Blutlicht denn schon wieder, ist so zum Kotzen. Ich werde so drauf gehen. Ich bin schon. Das war so klar. Dummheit wird bestraft. Tja, dann probieren wir es halt nochmal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist halt die beste Adresse, um an was zu kommen. Ich schrie doch auf so einer verfickten Insel. Das ist doch zum Scheiße. Das ist doch zum Scheiße. Das geht's. Das geht's. Das war's. 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 Das ist scheiße, dass ich noch nicht meine Axt habe. Das war's. 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 Hey Franklin, please don't kill me. Da hinten ist schon wieder das Wasser. Ich zweifle, dass da irgendwas auf dem Turm zu finden sei. Das sind alle schon ausgeraubt. Ja. Das ist nichts, was ich lohnen würde. Das sind keine begehbaren Baracken, da wären höchstens die Türme, die Bachtürme was, aber da findet man so selten was. Das ist nichts. 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 Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Die hoppeln da lang. Wie viel kommen da noch raus aus der Hütte? Ja, die Player-Stats, die kann man jetzt nicht mehr einsehen. Die Player-Stats, die wir jetzt wiederholen. Die Player-Stats, die wir jetzt nicht mehr haben. weiter gut dass man die auch vorbeiziehen Tja die Leichen sind jetzt weg. Kann natürlich sein dass einer von den Leichen schon was gefunden hatte, die wir dann hätten ausnehmen können. Gehen wir erstmal in die Hauptbaracke rein. Ist da noch einer drin? Das ist doch nicht wahr so. Zwei. Ist der Spawnpunkt in der Baracke oder was? Vier. Die Ersten kommt schon wieder zurück ey, das ist zu dem Kotzen. Ja. Ich bin es gefühlt. Ich bin es gefühlt. Ich bin es gefühlt. Untertitelung des ZDF, 2020